Wie geht ihr auf den Ziel? Tüchis. Tüchis, wie? Pass auf! Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Niemand hat dich getroffen danach. Oder davor. Ich hab sogar halt selbst einen Rappel. Let's go! Hey, Max, was machst du da? Max? Hast du gerade Max genannt? Was? Paul, was machst du da? Paul ist mir lieber. Ha! Das ist so funny. Oh! So kann man Scherz ausbieten. Au! Wie? Was war jetzt mein Video? Das ist okay. Was? Das ist der fucking Crack Domizil, ey. Was ist der Crack Domizil, ey? Was ist der Crack Domizil, nochmal? Ja, der Lyriss. Ach, Lyriss. Who? Der auf der anderen Seite rüberkommogen. Ja. Das ist der Crack Domizil. Was heißt das überhaupt? Weiß nicht, aber das ist sein 7er. Das ist auch sehr cool der Name. Stiff? Nice try, Maxi. Geil! Nice try von 7! Oh, für den Stahl. Du bist doch Maxi da unter Rundfass. Ey, ich bin hier weiß. Das magst du nicht. Scherz, ey. Ist denn Scherz? Nooo! Na 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 na. Wie willst du denn hin? Ich hab's nochmal zurückgeleitet. Hast du dich nochmal zurückgeleitet? Nee, man kann ja nochmal die andere Richtung machen. Dann wird man nicht wieder zurückgeleitet. Ja, Mann! Ja. Ob der Dach noch spielen möchte, oder was ist das? Till vor. Till vor. So. Ich spiel dir. Bis hier. Y-Screen-Double sieht so viel geiler aus als... Ja? Ja. Nein! So schnell, Alter. Sechzeit. Sonst würde ich nicht mal in Kalorien machen. Vielleicht ändert er sein... Nein! Ah, ich hab's gemacht. Er ist verarscht. Jetzt macht er jetzt Hit. Tick. Zick. So nehmen wir. Na, wo holt ihr hin, Hitlers? Ähm... Ja... So, ich werd mal was Neues probieren. Oh, oh! Okay. Okay? Also, du bleibst. Ja. Alex kann's ja herkommen. Alex kann's ja herkommen. Wir gucken. Aber da muss... Hast du nochmal diesen kleinen Bildschirm? Ja. Das ist, glaub ich, etwas angenehmer. Oh, das stimmt schon. Ja. Ja. Was für ein Kack! Oh, no. Oh, du konntest, wir werden zerstreddert. Sag mal alles. Kono! Ja, Kono, bist du immer noch da? Nee, ich hab mir Kono da. Ah ja, Kono. Kono ist aber immer da, Alter. Vegan, by the way. Weißt du wie, ob der da ist? Jeden Stock. Was war das, Alter? Ich hab nur noch einen Komponent in meinem Griff. Ähm. Oh, no. Das ist nicht zu schweigen. Was ist das denn? Oh, no. Der Komponent in meinem Griff. Immer noch Cursed-Video. Konzie, Fögenpunch by Doubles. Nein, ich verbrot. Das ist so gut drauf. Ich hab's so gechockt. Nein, oder? Oh, Maxi, ey. So krass. Ah! Ah! Let's go! Nein. Nein. Wohl eher Dreckdomitiert. Nein. Nein. Marius! Ah! Marius! Nein. Ah! Wohl eher Dreckdomitiert. Ah! 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 Oh! Ah! 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 Oh! Oh! Okay, mit dem Taunen war's halt richtig geil. Ja, ja. Ich hab alles geblieben. Let's stop. Nein, das war nicht. Nein, das war richtig. Nein, das ist sogar der Eingang. Ja, leider. Da haben wir gar nichts zu tun. Wo geht's hin? Ah! Da war's mir egal. Ja, passt doch. Okay. Ich bin ernst. Okay. Konzentration. Ich bin jetzt erst. Ich bin jetzt erst. Ich bin jetzt erst. Ich bin jetzt erst. Das macht er hier sogar relativ oft. So, dann weiß ich ja. Wenn er ans Schwimmen spielt. Ne, das war relativ bei Doubles. Die haben, glaube ich, immer nur ans Schwimmen gespielt. Was ist das? Der Spaß hat Snouten in den Vale. Oh, ein Effekt war그cups. Ja. Das war's, das hat fast gesinnt. Das war ein Fassel-Dubbles. Nein, 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 nein. Ich habe ihn erst mal gekonnt. Ich habe ein Dabbles für die neue Tasche gemacht. Da war er noch da. Und dann habe ich dann noch das Gefühl. Spielst du noch Samos? Manchmal ist es. Ich habe einmal das ganze Game auf Samus probiert, aber sonst habe ich fast gespielt. Aber es ist ein bisschen viel Schrift dafür, dass es so schnell weg ist. Das ist halt bei Doubles weird. Einfach 2-1 gegen 1. Passiert ein Scheiß! Ich bin wirklich da! Das ist mein Mann! Das ist meistens so, oder? Ja, ich weiß nicht. Das ist auf Top Level dann. Er kommt doch an welche Charaktere man spielt. Double Fox möchte man dadurch eher auf... Was ist das? Hier und dringend! Oh! Oh, fuck! Uh! Ich hab's auch schon an die Tür. Scheiß, mach sie! Das ist gar nicht. Du bist wirklich eher in der Schale. Natürlich. Au! Ah, echt! Ah, ich kann doch alles. Ich bin bescheuert. Dicker, ich bin bescheuert. Au! Einfach ein so gutes Zweck. Das ist, wenn du so in der Spacing-Matrix bist, dass du vergisst, dass du die Dimitations für deine Greatness hast. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Mama! Das war ein Exzellent-Display. Greatness war un-Display. Ich hab's wirklich wirklich abgeblickt, Alter. Kann man gucken, wann die nächste Team kommt und passiert. Oder wie? Ich sag, ich will gar nicht so viel. Ja. Kann man ausgumpen? Doch! Ja? Kommt jetzt eins gegen drei? Ja. Ja. Okay, lass. Du wolltest auch rein, lass sie. Oh! Oh! Schade. Keiner mit Stocks? Oh! Na, ich wollte den abwerfen. Nee, bei... Bei Concey doch nicht, oder? Was ist das denn? Nee, vor allem den beiden. Oder Fusi und Damm gleich. Ich hab ein Wurzeltrader, oder? Wann gibt's eine Jedo-Double zu dir jetzt schon? Ja, ich hab ein Wurzeltrader. Ich hab ein Wurzeltrader. Ich hab ein Wurzeltrader.